So, ja, damit jetzt willkommen zum neuen Video im Modul der Organisationslehre. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen weiter mit den konkreten Organisationstheorien. Wir lassen also Max Weber jetzt hinter uns und kommen zum Taylorismus und deren Grundgedanken. Und zwar Taylor beobachtet und analysiert die Praxis, um das, was sich bewährt hat, in systematische Regeln zusammenzufassen. Taylor will nicht erklären, sondern gibt Handlungsempfehlungen, also ein normativer Ansatz. Max Weber ist ja ein deskriptiver Ansatz. Um optimale Arbeitsorganisationen zu erreichen. Anschließend werden die formulierten Regeln zur Anwendung an andere übermittelt. Zwei zentrale Begriffe, mit denen wir uns in den kommenden zwei, drei Videos noch etwas im Detail beschäftigen werden. Und zwar einmal das Experiment. Also notieren wir erstmal das Experiment. Was macht ein gutes Experiment aus? Das werden wir klären. Und den Begriff des Scientific Management. Ich gucke mal kurz, ob wir das jetzt hier auch korrekt geschrieben haben. Scientific Management. Jo, das ist der Fall. Diese beiden Begriffe, wie gesagt, in den kommenden Videos, werfen wir da im Detail einen Blick drauf. Ja, Problem mit dem Grundgedanken nach Taylor. Da wollte ich drei Punkte festhalten. Und dann schließen wir auch das Video hier ab. Und zwar, Taylor spezifiziert einmal seine Bedingungen nicht, unter denen die Prinzipien gültig sind. Also notieren wir, Taylor spezifiziert seine Bedingungen, seine Bedingungen nicht, unter denen prinzipiengültig sind. Dann Punkt zwei. Und zwar, sein Grundgedanke ist modeanfällig. Das heißt, was andere machen, das muss eben gut sein. Also mache ich es so, wie es andere auch machen. Punkt. Also, sein Grundgedanke ist modeanfällig. Sein Grundgedanke ist modeanfällig. Beispiel, Unternehmen A hat eine Unternehmensstrategie entwickelt, die erfolgreich auf Markt X ist. Und jetzt laufen alle anderen Unternehmen der Strategie hinterher und machen das auch so. So, sein Grundgedanke ist modeanfällig. Das heißt, was andere machen, was andere machen, das muss gut sein. Also, das muss gut sein. Und die Schlussfolgerung daraus ist eben, also mache ich es genauso. Also, mache ich es so, wie es andere auch machen. Also, schreiben wir es jetzt mal ausführlich hier hin, wie es andere auch machen. So, Punkt. Dann drittes Paket und zwar Taylors Grundgedanke. Unterliegt der Wertgeladenheit. Das heißt, die ökonomische Effizienz und Herrschaftssicherung steht hier im Vordergrund. Also, diese beiden Pakete Effizienz und eben die Herrschaftssicherung. Also, Taylors Grundgedanke unterliegt der Wertgeladenheit. Das heißt, die ökonomische Effizienz. Was ist nochmal Effizienz? Effizienz beschreibt einfach die Abwesenheit von Verschwendung. Das heißt, die ökonomische Effizienz und Herrschaftssicherung. Hier geht es dann eher um Machtherrschaftssicherung. Mit der Machtabhängigkeitstheorie werden wir uns auch noch beschäftigen. Stehen im Vordergrund oder im Fokus. Je nachdem. So, alles andere wandert in den Hintergrund. Vordergrund. Ja, ich schreibe nochmal hin. Das hier ist ein normativer Ansatz, da wir hier Handlungsempfehlungen geben. Normativ. Jo, das soll es jetzt reichen zum Einstieg. Ein bisschen viel Schreibkram, aber das ist in der Organisationslehre der Fall. Denn wir wollen die Theorien festhalten im Kern und kritisch beurteilen und die zentralen Begriffe behandeln. Ja, und deshalb gibt es hier vor allem keine Mathematik, sondern eher Theorie und trockene Theorie. Und die müssen wir eben hier auch bearbeiten. Und ja, den Rest findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.